So, das ist ja nun wirklich eine dumme Sache. Jetzt haben wir vergessen, was zum Wochenende einzukaufen. Und da bleibt uns nur eine Möglichkeit. Wir machen gerne im eigenen Saft mit Kräutern. Also, dann legen wir sie mal hin. Was tun wir denn am besten drauf? So, die wäre es dann mit Salz und Pfeffer. So, Salz, Pfeffer. Gut verteilen. Wir könnten sie natürlich auch noch mit ein paar Lorbeerblättern spicken. So, ich glaube Knoblauch haben wir nicht. Na ja, machen wir es mal so. So. Möchtest du Senf draufhaben oder meinst du das reicht? Ich glaube, das ist in Ordnung. So, gut verteilen die Gewürze. Und dann kommt sie in den Mikrowellen her. Das geht am schnellsten. So, dann kommt er her. Wie lange Garzeit brauchen wir denn da? So. So, nun wollen wir mal schauen, ob die Jana gar ist. Ah, das sieht sehr lecker aus. Ist das nicht köstlich? Doch, das sollten wir öfter mal machen. Riecht toll, ne? So. So, dann brauchen wir nur noch die Knoblauchspaket, die gar nicht zu machen und das passt. Wir sind nur noch das zur Großart. So, das possibly mir noch auf der tiefe darf. Ich bin ja auch noch mal wahrscheinlich interact share. Also haben dieuffleparte Parce. Ja. Vielen Dank.